So, es ist jetzt schon der nächste Morgen. Ich muss hier noch ein bisschen leiser reden, weil alle anderen schlafen. Wir haben jetzt hier 6 Uhr morgens und die Nacht habe ich eigentlich gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe das letzte Video geschnitten in der Nacht und konnte dann irgendwie weiter nicht schlafen und habe jetzt beschlossen hier zu Ela ins Zimmer zu gehen und wir fahren jetzt mit den Rollern, die wir uns noch gestern ausgeliehen haben, wieder zum gleichen Spot an die Küste, wo wir gestern waren, aber jetzt halt den Sonnenaufgang noch zu filmen. Und ja, Ela holt jetzt noch die Helme und dann fahren wir los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, der eigentliche Plan war ein Timelapse vom Sonnenaufgang zu machen. Dann haben wir sogar noch die Drohne mitgenommen, haben allerdings die SD-Karte zu Hause vergessen und wie man jetzt hier leicht im Hintergrund sehen kann, ist es auch ziemlich bewölkt. Das heißt, Sonnenaufgang wird auch nichts. Es ist zwar dennoch ziemlich schön hier, weil wir auf so einer Plattform stehen über dem Meer, aber trotzdem unsere eigentlichen beiden Ziele haben wir jetzt leider nicht umsetzen können. So, wir laufen jetzt hier gerade über einen Markt, wo es überwiegend Obst und Gemüse und Fleisch gibt. Ich habe jetzt hier mal meinen Sonnenblut aufgesetzt, weil ich mir einen kleinen Sonnenbrand geholt habe. Ja, da eben war noch so eine kulturelle Veranstaltung. Das ist unsere drei Roller, die wir uns für 30 Tage gebietet haben. Und für einen Roller haben wir so um die, das waren 800.000, oder? 800.000 Ruvia haben wir gezahlt. Das sind so 46 Euro für 30 Tage. Ja. Das ist gut billig. Das ist gut. So, meine Haare sind jetzt schon ein bisschen lang geworden und hier ist es auch ziemlich warm und wir fahren mit den Rollern rum und mit dem Helm ist es ein bisschen nervig, also gehen wir jetzt zum Haare schneiden. Aber wir stehen hier. Ja, wir stehen hier. Das sind wir auf. So, also Fazit? Ich habe ein bisschen kurz gewonnen, also ich habe mich nicht so gut verstanden, was ich eigentlich wollte, aber was mir gefällt, ja, nuchtig, na was weiß. So, wir sind jetzt hier beim Uluwato-Tempel, oh, guck mal, wo mit der Frisur noch, und ja, hier gibt es ziemlich viele Affen, deswegen müssen wir alle Sachen gut verstauen, weil die klauen auch gerne, und wir müssen alle so schicke Gewänder hier anziehen, ja, weil es halt ein Tempel ist, und dann müssen halt die Beine bedeckt werden, und ja, ich hoffe, wir sehen jetzt ein paar Süßer. Oh, ne, die Affen sind hier wirklich überall, und da ist sogar ein kleiner Mini-Baby-Appe. Oh, ist der niedlich, der sieht aus wie ein Alien mit den Augen, der ist ja überniedlich. Oh, der hat was geklaut. Oh, der hat was geklaut. Oh, der hat was geklaut. Wenn Sie wieder eh einen Schuh wieder bekommen, jetzt schmeißt sie gerade ein bisschen Steine auf den Affen. Das hat es sehr sicher. Ja, das ist ein bekanntes Ding. Ja ja, das ist ein bekanntes Ding. Genau, das ist das Pfeil. Okay, das ist ja... Auf den Schro's. Das war's für heute. Das war's. Ja, ich hab's. Nee, aber du bist schon fanisch. Warte auf, was du cups Rinne? Ja, du bist so schlimm. Also wie jetzt? Ich hab's. Oh,VID? Like die gesehen? Oh mein Gott, man. Oh mein Gott. Ich hab's. Wie hier handelt. Nein, das war wirklich kein Kämpfesmodell, das ist nur ein Arbeiten, die wir jetzt auch haben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.